Willkommen zurück bei Lego Marvel Super Heroes Also ich habe jetzt noch mal offline ein bisschen probiert Ging eigentlich auch kratzfatz jetzt Man muss hier nur ein Schild anlegen Und dann kommt man hier durch die Flammen Was auch sehr viel Sinn ergibt Aber jetzt werde ich wenigstens durch Jetzt können wir den Schilder da oben betätigen Ah ja Dann tun wir das mal Keine Pa Und das kann natürlich nur Mr. Fantastic Nick Ah ja. Schaden. Ah, das muss ich jetzt nicht. Auf der unten. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da ist er. Vielleicht sollten wir erst darüber nachdenken. Schick voll. Wenn ihr mit den Teilen entkommt, bekommt ihr sie vielleicht nie mehr zurück. Jetzt steht das da. Wow. So. Was ist da oben? Ist das Deadpool? Ja, das ist Deadpool. Okay, obwohl ich anscheinlich lang. Mellisch. Sonst verlierst du ihn. Ah ja. Aber erstmal müssen wir hier was gucken. Ja, da ist er. Hallo, kommt mal dein Schild an. Okay. Okay. So. Das ist noch etwas. Ah, da ist ein Schweizerpunkt. Ja. Moin. Nein. Das geht aber ganz schnell, ey. Das ist aber auch unterstürz. 1 zu 5. Ah, okay. nicht weiter das ist glaube ich schon so ein Cap ah ne so wie kommt man da jetzt in warte mal ja 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 jetzt kommt auch der Cap darüber ja 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 Da war Na ja, das war nicht so gut Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, sorry. Jetzt kannst du hier auch noch was machen. Aber warum guckt man hier wieder zurück? Wahrscheinlich zum Safen. Gut. Ähm... Da hinten ist er. Ja. Ein bisschen in Ordnung muss erledigen. Okay. Kann man nix machen. Okay. Du musst immer gucken was abgeht. Ähm... 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 Ja. 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 Oh, nicht in den Ernst. Zeig mir, was du drauf hast. Nein. Na drüben, Captain. Wie lautet der Plan? Wir folgen ihm, wohin auch immer. Gut, da hatten wir schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Es wird zwar jetzt nur eine kurze Aufnahme Session. Ich muss leider wieder morgen früh raus. Ich muss morgen arbeiten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.